April, April, der macht was er will. Das trifft auch auf heute zu. Die Wolken überwiegen heute, während der Nachmittagsstunden ziehen von Westen wiederholt, teils kräftige Regenschauer durch. Mitunter mischen sich auch Blitz und Tonner in den Niederschlag. Der Wind, der dreht auf Südwest bis West und frischt mäßig bis lebhaft auf. Die Höchstwerte liegen heute bei rund 19 Grad. Und in der Nacht auf Montag ziehen mit dichten Wolken immer wieder Regenschauer durch. Während der ersten Nachthälfte sind diese mitunter auch noch kräftig. Bis zum Montag sinken die Temperaturen auf rund 9 Grad.